willkommen aus heute kommt zurück zu einer Art von Himmel und Tunen im All und man hat nur kurz bei Miku Nier das geht weiter denn wir sind hier stehen geblieben im das was ich für ein Viertel ich hoffe schon am Ende des Levels wenn das Level ist schon irgendwie lange also und okay die so lange ist es auch nicht aber es ist schon etwas langzügig wie gesagt die Entwickler hatten mussten sich viel Zeit nehmen damit die wie ihr wisst das Spiel voll machen können denn das meiste ist ja auch erfunden wie gleich eine Szene kommt das ist erfunden mal gucken ob wir das jetzt da hinten treffen können dann können wir nicht scheiße M also und für den Jahren wort wird nur ein Mann Armin mit dem Wurru Oro Oro und da ist ein ne Batterie na okay auf jeden Fall drückt man mehr erstmals Knöpchen Drück auf Knöpchen Max ich werde die Sonne Atem von Mannes am besten Halt Mission an die Liegen da Sachen sammeln und so er hat das ist Geil ne also mir gefallen so Sportspiele wie SSX also die Snowboard Spiele habe ich mal erwähnt und da können und auch mal so ein Mord pg rpg spiele wie ich gar nicht für die wir fallen mir auch so bei dem mit Gefallen Hauptsächte so Fantasiespieler nicht wie Fein Fancy und dann halt so von der sie Spiele die Garten die ist gar nicht gibt so wie ein Typ Lanz Schrei und Besiegler mit Drachen oder ein ein fetter Italiener mit Italiener Amarni Schuhe muss eine Frau von einem Sposan Schildkröte oder einen Drachen von einer Riesenschildkröte retten der aufgehalten wird von der dabei aufgehalten wird von kleinen Pilzen und Mini Schildkröten und so was halt ne und halt so realistische Spiele wie GTA oder ja GTA geht ja schon ne so realistische Spiele wie SSX sind auch halt gut weil die halt so realistische Spiele sind ne uh 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 jetzt kommt eine geile 10 ne was mach ich da Alter ich bring da drauf da geht doch der kann ich schießen aber ich muss die Dinge hier abballern ja ähm ja das geht eigentlich ganz einfach oh 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 die roten muss ich auf die roten muss ich aufpassen hallo lenke doch mal schneller hallo nach unten nach unten hallo bitteschön nach unten ja geht doch ja ich hab das irgendwie schwieriger in Erinnerung hallo bleib doch mal stehen du Fred wie viel brauchst du denn noch ach du kacke ja gut perfekt also sterben welche ganz und gar nicht der ist auch tot gut ich bin halt äh halt äh ja wisst ihr ja schon ne nicht so gut in so Spielen ich mag auch so Spiele nicht äh so halt solche Sachen weil die halt langweilig sind weil das ist halt so ein Ding was man schaffen muss warum sind mir noch so viele Gegner angezeigt noch so viele da haben wir noch viel mehr drauf gezeigt egal ne Brücke ist da hui geschafft aber das ist auch ein Laser und das ist eine schwierige Attrappe ich kann auch sterben das ist kein Witz ich kann auch sterben ich bin nochmal gestorben weil ich dachte das fängt wie so Accessoire so Deko ne so und jetzt kommt eins meiner schwierigsten Kindheit also meiner schlimmsten Kindheitsalbträume der Simulator absolviere den Elienraum Flugtest Stocke der ist so wirklich schwer welchen für ihn überlebt habe jetzt schau ich das immer ich war auch ein dummes Kind früher ne Mausweichen Mausweichen du Bärmbruch die Schutz und halt schnell schießen ne ich konnte früher halt nicht schnell schießen ich war viel zu dumm dafür und die Frau die im Hintergrund so labert die hat mich auch immer genervt extra lieben oh verdammt hallo ich bin gleich tot alter was ist das was ist das für ein Dreck ich halte schon meine Fresse was so beschissen ist lalala lalala lala laufe ich noch ans Feuer ich habe schon 3 Leben verloren ist das Hammar Hamm Hammar ist das geil ich freue mich so dass ich es schaffe ich habe es natürlich 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 Oh. man muss aber schießen ich hasse diese dinge an dem kack ich sie gar nicht mal so schlicht aus jetzt nein was kommt jetzt noch verdammte womit doch verarschen hochschaffe ich es schaffe ich es schaffe ich es ich hab's geschafft danke zertifiziert ja ja also ist da wer luigi junio wie kriegen wir ihn hier raus keine ahnung vielleicht mit einer dieser tasten ja aber welcher das muss die blaue sein und wenn es doch der rote ist es nie ja wie im fernsehen bei einer bombe schneidet man nie den roten draht durch er hat recht ok dann der blaue er ist weg wir müssen gucken wenn eine abzeigung kommt dass wir auch die erwischen wir müssen auf die schilder achten ok das wäre jetzt knapp das ist wirklich knapp das aber nicht das wäre jetzt ganz simpel und hier gibt es auch noch fünf karten ist das zufass ach du kacke ach so ich kann angreifen oh ja ja wen soll ich denn angreifen hier bitteschön woher ja ja wen soll ich denn angreifen hier bitte hier ist doch keiner hoch 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 hochAF her adhert sich der weise knapp heissen ab geworden sind die ich würde keinen zum angreif g bitteschön ich wieder was ist das verdammt 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 okay nüsse gibt es genug jetzt auf die messe aufpassen jedoch kacken naja karte gucken karte gucken karte gucken karte gucken jetzt doch jedoch kacken ich habe nur noch ein leben das beschissen und ich krieg aber so wenig nüsse die schilder kann man hier schwer erkennen ok doch kacken ja perfekt karte mir woher wie lange geht das wenn er noch weiter und so was gibt es denn hier ist es für noch nie wie die Latte wie die Latte in die hatten ich bin nur ein Leben das so beschissen wenigstens noch eins zum Versicherung er versichert nicht ich bin guter Versicherung m 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 kennt ihr nintendo typ der nintendo director der reggie heißt ist der amerikanische nintendo director oder was weiß ich chef er bestimmt alles was jetzt eigentlich ein europäischer nintendo director das wäre jetzt cool weil er ein wenig kennt ok die karte ist da hinten muss aufpassen die perfekte die alle karten an mir das perfekt ruhe ruf verdammt verdammt ok wir haben es geschafft mit riechip bernst das war's mit dem ball wir sehen zum nächsten part